Ja hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man mit einem Dual Schmalbandfilter und mit Hilfe vom Astro Pixel Prozessor die Aufnahmen in einem Wasserstoffkanal extrahiert und gleichzeitig dann noch in einen Sauerstoffkanal extrahiert. Und am Ende werden wir dann das Ganze wieder zusammenfügen. Und zusätzlich zeige ich euch auch noch, wie man dann mit Hilfe von weiteren RGB-Aufnahmen auch noch die Sternfarben wieder ins Bild zurückholt. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ja momentan sind ja dieser Dual Schmalbandfilter in aller Munde. Ich habe mir zuletzt einen Optolong L-Extreme Filter gekauft und das ist jetzt hier, wie man unschwer erkennen kann, der Herznebel. Wie ich das Bild damals gemacht habe, da ist eben letzten Sonntag dazu ein Video online gegangen mit Blick durch mein Teleskop. Da könnt ihr mir über die Schulter schauen, wie genau hier dieses Bild entstanden ist. Und zwar ist das jetzt hier eine Aufnahme mit 1800 Sekunden, ein Einzelframe. Das Ganze ist jetzt hier noch unkalibriert, so wie es halt direkt aus der Kamera kommt. Nur mal leicht gestretcht vom Astro Pixel Prozessor hier. Und ansonsten aber eben noch nichts weiter gemacht. Ich habe jetzt hier aber nicht alle Lights geladen. Also ich habe damals so um die 7 oder 8 Stunden Überlichtungszeit gesammelt von diesem Schmalbandfilter. Und damit es jetzt ein bisschen schneller hier geht in diesem Videotutorial, habe ich eben jetzt hier nur 4 Lightframes hereingeladen, eben mit jeweils einer halben Stunde Überlichtungszeit. Und dann habe ich hier noch das Master Flat und das Master Dark hereingeladen. Und jetzt werden wir zuerst einmal das Bild splitten. Und zwar einmal in den Wasserstoff-Alpha-Kanal. Und dafür geht ihr hier auf den Reiter 0. Und ja, wichtig ist erstens einmal hier dieses Häkchen, das gesetzt ist, dass eben das Ganze auch die Beihalt wird. Ja, und dafür klickt ihr jetzt hier bei dem Algorithmus, einmal hier auf dieses Dropdown-Menü, und fährt hier mal ganz nach unten. Und dann gibt es eben jetzt hier vom Astro Pixel Prozessor, speziell für diese Dual-Narrowband-Filter, zwei verschiedene Methoden, das Ganze eben zu die Bayern und dann auch zu stacken. Und zwar gibt es eben jetzt hier mal den H-Alpha-Kanal. Jetzt werden wir das mal mit dem Wasserstoff-Alpha-Kanal stacken und dann anschließend noch ein zweites Mal mit dem O3-Kanal. Und ja, der Rest bleibt eigentlich hier alles komplett gleich, wie wenn man es halt jetzt ganz normal stacken würde, die Aufnahmen. Also ich stelle eigentlich hier normal nie irgendwas herum. Ich lasse alles auf Automatik, gehe hier auf Integrate, und dann gehe ich eben hier auf Integrate, und dann benennen wir das Ganze. Das heißt, hier IC 1805, der Herznebel, und dann benennen wir das Ganze noch mit H-Alpha-Kanal. So, und dann lassen wir es das Ganze hier mal durchlaufen. Und dann geht es gleich weiter. So, das Ganze ist jetzt hier fertig mit dem Stecken. Und das sind jetzt eben hier, wie gesagt, die viermal halbe Stunde Belichtungszeit an H-Alpha-Kanal. Und das ist natürlich jetzt hier mal eine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und das ist jetzt hier diese Datei, die Integration 1. Und die müssen wir jetzt hier zuerst einmal aus der Liste hier entfernen. Und dazu gehen wir jetzt hier mit der rechten Maustaste eben hier auf das Integrate 1 und dann auf Remove. So, und dann gehen wir wieder in den Reiter 0 und dann stellen wir jetzt hier auf Extract O3. Und dann fragt er uns jetzt hier, ob er die ganzen Bilder wieder neu normalisieren soll. Und da sagen wir eben jetzt hier, ja, das soll er machen. Und dann gehen wir wieder auf den Reiter 6, Integrate, und hier wieder auf Integrate. Und dann benennen wir eben die Datei O3. Gehen hier wieder auf OK. Und dann lassen wir das Ganze jetzt hier erneut stecken. Ja, und damit haben wir jetzt auch den O3-Kanal hier extrahiert. Also das funktioniert wirklich wunderbar mit einer normalen One-Shot-Farbkamera, dass man eben hier den Wasserstoff Alpha und den O3-Kanal mit so einem Dual-Schmalbank-Filter extrahiert. Also da bin ich wirklich auch ganz begeistert, wie gut das funktioniert. So, jetzt löschen wir das Ganze hier mal alles raus. Gehen wir hier auf Remove. Und dann gehen wir hier wieder auf den Reiter Lord. Und dann laden wir sich jetzt eben hier die beiden Kanäle eben jetzt hier rein. Jetzt haben wir eben hier wieder den H-Alpha und hier den O3-Kanal extrahiert. Und entweder ihr kombiniert jetzt dann gleich mal diese beiden Kanäle gemeinsam zusammen. Oder aber ihr macht es so, wie ich, dass ihr dann auch noch Sternfarben bekommt, dass ihr dann auch noch RGB-Daten dazu nehmt. Und dafür müsst ihr natürlich dann nochmal eben den Herznebel jetzt in dem Fall fotografieren, jetzt ohne diesen Schmalband-Filter, sondern eben dann nur mit einem UV-Air-Cut-Filter zum Beispiel. Also so, dass ihr eben dann die ganz normalen RGB-Daten habt. Ja, für alle, die sich vielleicht jetzt schon gefragt haben, was passiert eigentlich, wenn man die Schmalband-Daten ganz normal stackt, wie man halt den normalen RGB-Daten stackt. Also hier mit diesem ganz normalen Adaptive Array-Disk-Algorithmus. Und da kommt eben dann sowas hier heraus. Dieses Bildergebnis erreicht man halt, wenn man das ganz normal stackt und eben das jetzt nicht in H-Alpha und O3 trennt. So, das nur mal so am Rande, das lösche ich jetzt hier mal wieder. Und ich habe mir jetzt hier mal die beiden Bilder eben jetzt hier hereingeladen. Einmal wieder den extrahierten O3-Kanal, äh, Wasserstoff-Alpha-Kanal, dann hier den O3-Kanal. Und dann habe ich eben auch nochmal siebeneinhalb Stunden für RGB belichtet. Und das habe ich eben dann auch gestackt. Eben ganz normal, wie man halt die Bilder normal stackt. Also dann eben mit diesem Algorithmus. Das ist eben jetzt hier das Bild ohne diesen Dual-Schmalband-Filter und nur mit dem UV-IR-Cut-Filter. Also das Bild habe ich jetzt eben hier gestackt, den AstroPixel-Prozessor. Und dann habe ich noch die ganz normalen Tools hier durchgeführt, wie dieses Remove Light Pollution und das Calibrate Star Color. Und wie ihr eben jetzt hier seht, ist natürlich das jetzt hier nicht aufeinander registriert zum Wasserstoff-Alpha-Kanal. Das ist sogar komplett um 180 Grad gedreht. Und damit man jetzt all diese drei Bilder in ein Bild vereinen kann, müssen wir das Ganze jetzt zuerst einmal aufeinander registrieren. und das funktioniert einfach so. Da geht ihr hier auf den Reiter 4 Register und dann fährt ihr hier ganz nach unten und dann klickt ihr hier zuerst einmal auf Start Registration. So, jetzt da will jetzt die Light... Okay, dann müssen wir jetzt das Ganze hier als Light laden. Okay, dann entfernen wir das Ganze jetzt hier noch einmal und dann laden wir sich jetzt hier die Bilder als Light Frames herein. So, das waren jetzt hier diese drei. So, jetzt haben wir hier diese Bilder als Light Frame herein geladen. Dann gehe ich jetzt hier wieder auf den Reiter 4 Register und dann Start Registration. So, die Bilder sind jetzt hier aufeinander registriert und dann klicken wir als nächstes auf Save Registrated Frames. Und jetzt werden eben die Bilder jeweils gespeichert mit dem Anhängsel Minus Reg hinten dran. Ihr seht es jetzt hier. Da haben wir jetzt eben hier drei weitere Dateien hat er uns jetzt eben hier gespeichert und das heißt, die oberen drei, die können wir jetzt hier wieder entfernen. Und jetzt müssten eigentlich die Bilder alle deckungsgleich übereinander liegen. Ja, und das tut es auch. Also jetzt haben wir das RGB Bild auf die beiden Bilder eben hier deckungsgleich übereinander gelegt. Okay, dann können wir jetzt die drei hier wieder entfernen und dann gehen wir hier auf Tools. Ja, und bevor wir jetzt hier gleich die Bilder kombinieren, müssen wir jetzt zuerst nochmal jetzt dieses registrierte Farbbild nochmal öffnen und das müssen wir jetzt noch in die Rot-Grün-Blau-Kanäle splitten, weil das Tool, was wir dann später verwenden, das kann eben kein so farbiges Bild öffnen oder reinladen, sondern das kann eben nur Schwarz-Weiß-Aufnahmen reinladen. Und das geht eben jetzt hier folgendermaßen, da geht ihr hier auf Calibrate, dann fährt ihr hier ganz nach unten und dann gibt es jetzt hier Split Channels und dann geht ihr hier auf Save Calibrated Frames und dann wird jetzt dieses Bild in einen Rot-Kanal, in einen Grün-Kanal und in einen Blau-Kanal gesplittet. Ihr seht, das haben wir jetzt hier unten drinnen. So, das ist jetzt hier der Rot-Kanal, dann der Grün-Kanal und der Blau-Kanal. So, das können wir jetzt hier wieder rauslöschen und jetzt gehen wir hier auf Tools und dann auf Kombin RGB und jetzt werden wir das Ganze eben wieder miteinander kombinieren. Und wenn ihr jetzt hier in diesem Fenster herinnen seid, dann müsst ihr hier zuerst auf Add Channel klicken und so, dann gehen wir jetzt hier her und laden wir sich eben jetzt hier den Herznebel HA Reg. So, jetzt fragt er uns jetzt hier noch, was ist das eigentlich für ein Kanal beziehungsweise mit welchem Filter wurde das Bild hier gemacht. Das wurde mit dem Wasserstoff-Alpha-Filter gemacht. Gehen wir hier auf OK. Ja, und merkwürdigerweise kommt hier beim Astro Pixel Prozesse dann noch eine weitere Frage hier. Da gehen wir hier auf Cancel und dann nochmal auf Cancel. So, und jetzt haben wir hier diesen Kanal hier. Dann nochmal auf Add Channel. Dann nehmen wir den Sauerstoff-Kanal. Gehen wir hier auf Oxygen 3. Auf OK. Und dann wieder hier auf Cancel. Und wieder hier auf Cancel. Und da müssen wir jetzt noch ein weiteres Mal den Sauerstoff-Kanal nehmen. Hier stimmt es jetzt schon. O3. Passt. So, jetzt haben wir mal diese drei hier herinnen und jetzt können wir schon mal auf Calculate hier klicken. Und dann haben wir schon mal ein erstes Vorschau-Bild. Und da können wir eben jetzt hier noch ein bisschen an den Reglern herumziehen. Und zwar gehe ich jetzt hier mal ungefähr so auf ja knapp das Zweifache. Und da müsst ihr halt immer ein bisschen herum experimentieren, welche Regler jetzt welches Ergebnis liefert. Dann beim zweiten O3 habe ich die Erfahrung gemacht, sieht es am besten aus, wenn man hier so auf 1,6 stellt. Und beim unteren O3 auf 2,0. Mit den Pfeiltasten links und rechts könnt ihr eben das Ganze dann eben hier auf ganz genau 2,0 einstellen. Dann gehen wir hier wieder mal auf Recalculate. So, und dann hier bei diesem Sauerstoffkanal, das Blau, gehen wir hier auf 66 zurück. Und bei dem unteren gehen wir das Grün hier komplett raus. Das heißt, dass hier nur das Blau herinnen ist. Und die Luminanz noch auf 33 stellen wir mal. Und dann haben wir eben jetzt hier dieses Ergebnis. Dann können wir jetzt hier noch die Luminanz beim Wasserstoffkanal ein bisschen hochziehen. Und eventuell hier noch beim Grünkanal. Und zwar dann wird eben das Rot nicht ganz so rot, sondern mehr so leicht golden. Also das ist halt immer ein bisschen Geschmackssache. Was halt dann, wem besser gefällt. Ihr seht, jetzt habe ich hier auch schon die Sättung ein bisschen hochgezogen. Ja, gehen wir vielleicht hier wieder ein bisschen zurück. Mal auf 22. Und dann wird es wieder eher ein bisschen rötlicher. Oder auch noch ein bisschen weiter zurück auf 14. Das ist halt immer Geschmackssache. Okay, ich kann jetzt auch hier mal noch den, ich weiß gar nicht, was das überhaupt oben ist. Ich glaube, so eine Art Multiplikator ist das. Ich ziehe den jetzt hier mal ein bisschen rauf. Und dann kommt einfach der Wasserstoffkanal noch stärker heraus. Und der Sauerstoffkanal, also das Blaue hier, wird halt ein bisschen mehr zurückgedrängt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Gehen wir vielleicht so her. Ja, im Grunde wäre die Schmalbandaufnahme dann so auch fertig jetzt vom Astro Pixel Prozesse her. Da könnt ihr dann hier auf Save gehen. Und dann wird das Bild eben so als Fit-Datei gespeichert. Und dann kann man es eben noch ganz normal weiter bearbeiten. In Photoshop zum Beispiel. Aber wir wollen ja jetzt hier auch noch Sternfarben haben. Und dafür haben wir extra vorhin die RGB-Aufnahmen gemacht. Und jetzt versuchen wir noch, dass wir auch die hier noch dazu mischen. Und dazu gehe ich jetzt hier wieder auf Add Channel. Und dann haben wir jetzt hier diese drei Farbkanäle, was wir ja vorhin gesplittet haben. Einmal hier diesen Blaukanal. Öffne ich den jetzt hier mal. Dann sage ich jetzt hier, okay, das ist der Blaukanal. Gehe hier auf OK. So, hier wieder auf Cancel. Wieder auf Cancel. Dann Add Channel. Den Grünkanal. Dann müssen wir hier auf Green gehen. OK. Hier wieder zweimal Cancel. Dann den Rotkanal noch. So, Red passt. So, und jetzt haben wir eben auch die noch hier. Einmal den Blaukanal. Da ist hier echt Blau schon auf 100. Dann den grünen. Und den roten. Dann gehen wir jetzt hier nochmal auf Calculate. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, und jetzt haben wir wieder viele, viele Sterne. Aber wenn man jetzt hier mal reinzumpt, die sehen alle ziemlich grün aus. Und deshalb bin ich dann einfach hergegangen und habe hier beim Grünkanal das Ganze mal auf 50% hier reduziert. Dann wieder auf Calculate klicken. So, und jetzt sieht das schon wesentlich stimmiger aus von den Farben her. Und jetzt sieht man auch hier, jetzt haben wir hier ein paar blaue Sterne, ein paar orange, gelbliche Sterne, hier auch rote Sterne. Also jetzt haben wir hier wieder alle Sternfarben zurückgeholt. Und so können wir das Ganze eben dann hier speichern. Aber wie gesagt, ihr könnt natürlich hier selber noch ein bisschen experimentieren mit den ganzen Einstellungen hier. Also das ist eigentlich fast eine Neverending Story. Und ja, ich kann mir eigentlich auch vorstellen, dass das wahrscheinlich auch bei jedem Objekt ein bisschen anders zu einstellen hier ist von den ganzen Reglern hier. Ja, da muss man halt das ein bisschen so ins Gefühl bekommen. Aber meine Einstellungen habt ihr jetzt hier mal gesehen, wie ich das jetzt hier gemacht habe und welches Ergebnis, das ich jetzt dann dadurch eben erreicht habe. und darum soll es eben jetzt hier in diesem Videotutorial auch in erster Linie darum gehen. So, jetzt gehen wir hier auf Save. Dann fragt er uns, wie wir eben jetzt hier die Datei benennen wollen. Nennen wir es einfach mal, ja, nennen wir es Herbstnebel. Und OK. So, dann können wir jetzt hier auf Cancel klicken. Und dann haben wir hier diese Fizz-Datei. Ja, und diese Fizz-Datei können wir jetzt hier dann ganz normal speichern und in Photoshop zum Beispiel weiter bearbeiten. Oder wir können es auch hier nochmal ein bisschen vielleicht dunkler machen. Also den Schwarzwert, aber das war schon zu viel. Hier übrigens kann man auch mit dem Pfeiltasten ein bisschen nach links oder rechts ziehen und dann geht das Ganze noch ein bisschen feiner zum heller und dunkler machen. Das habe ich letztens mal zufällig entdeckt. Ja, und so würde ich das Ganze jetzt eben dann mal speichern und die restliche Bildbearbeitung dann eben in Photoshop noch machen. Ja, das ist jetzt hier übrigens meine fertig bearbeitete Version. Also da habe ich eigentlich genau die Schritte durchgeführt, die ich bei all meinen Astro-Bildern mache. Da gibt es eh schon jede Menge Videos hier auf meinem Kanal. Vielleicht noch eins ganz interessant. Und zwar kann man hier eine selektive Farbkorrektur eben noch durchführen in Photoshop. Und das ist vielleicht hier eben gerade bei solchen Schmalbandaufnahmen etwas spezieller. Zum Beispiel jetzt hier diese Rottöne kann man eben dann hier noch relativ schnell und einfach eben selektiv anpassen. Ihr seht, was eben jetzt hier passiert, wenn ich das Ganze jetzt hier so ein bisschen ziehe. Also je nach Geschmack natürlich, wie es einem dann eben gefällt, kann man das Ganze jetzt eben hier noch ein bisschen anpassen. Ja, das soll es jetzt hier an dieser Stelle gewesen sein. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr auch wieder was mitnehmen konntet. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr das mal bei euren Bildern probiert. Ich habe eben auch noch nicht ganz so viel Erfahrung, was jetzt das betrifft. Das war jetzt eben, wie gesagt, meine erste Aufnahme mit diesem Dual-Schmalbandfilter. Und da werden bestimmt noch so einige Folgen in den nächsten Monaten von mir. Aber das wäre eben so mein Workflow, was ich mir jetzt eben mit diesem Bild hier mal erarbeitet habe. Ja, damit bedanke ich mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Wenn es Fragen dazu gibt, könnt ihr es ja gerne drunter in die Kommentare posten. Ich freue mich da immer wieder über euer nettes Feedback und bin zum Teil echt überwältigt, was ihr da immer alles an Nettigkeiten so drunter schreibt. Freut mich wirklich sehr und ist auch motivierend für mich, wieder weitere Videos für euch zu machen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.